Musik Es gibt nur wenige Fahrzeuge, die nach einem legendären Hotel benannt wurden. Und bei nur rund 30 gebauten Exemplaren darf man bei diesem Alfa Romeo 6C 2500 SS Villadeste auch mit Recht von Einzigartigkeit sprechen. Schließlich wurde jedes der von Hand gebauten Modelle nach den Wünschen seines Käufers oder Eigentümers designt. Die Geschichte dieser Alfa Romeo Modelle ist eng verknüpft mit der Geschichte der Fahrzeugschönheitswettbewerbe. 1949 stellte Alfa Romeo dieses Modell auf dem Concorso dell'Eganza am Comersee dem Publikum vor. Einem Schönheitswettbewerb, bei dem italienische Carousiers ihre Meisterstücke zeigten. Das Blechkleid des viel bestaunten Fahrzeugs stammte aus dem Hause Thuring und war als superleggerer Aluminiumkarosserie auf einem Gitterrohrrahmen entworfen. Der Concor, damals mit Neuwagen, fand an der Villa Deste am Comersee statt. Das Publikum entschied sich 1949 bei der Wahl des schönsten Automobils für den Alfa Romeo 6C 2500 Supersport und so erhielt die Karosserieschmiede Thuring den Copa Doro. Thuring entschloss sich daraufhin, das formschöne Coupé in einer Kleinserie zu bauen und gab ihm anknüpfend an den Erfolg die Modellbezeichnung Villa Deste. Als Basis für diese Baureihe wurde das kürzeste Chassis der Alfa Romeo 6C 2500 Serie ausgewählt. Angetrieben wird der Alfa Romeo 6C 2500 Villa Deste durch einen reinen Sechszylinder-Motor mit 2443 Kubik. Drei Weber-Vergasser sorgen für den entsprechenden sportlichen Antrieb. Daher erhielten die Coupés noch den Zusatz Supersport, SS in der Typenbezeichnung. Da alle Fahrzeuge bei Thuring von Hand gefertigt wurden und jeder Kunde seine eigene Note einbrachte, ist keines der Fahrzeuge identisch. Bereits die Zierleiste in der Mitte der Motorhauben ist bei jedem Fahrzeug anders zistelliert. Auch die Innenausstattung ist individuell gestaltet und der reinen Eleganz des Fahrzeugs angepasst. Inzwischen wurde aus dem ehemaligen Kardinalswohnsitz Villa Deste ein berühmtes Fünf-Sterne-Hotel-Ressort. Der Besitzer konnte eines der seltenen Luxusfahrzeuge mit gleichem Namen erwerben und zeigt es nun seinen Gästen. Das elegante Design des Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa Deste hatte einen deutlichen Einfluss auf das Design der nachfolgenden Modelle von Thuring. Das ist jetzt ein berühmtes Fünf-Sterne-Hotel-Tin. Das ist jetzt ein Feld-Sterne-Hotel-Ressort. Das ist jetzt für michkann, für den Schuss ausschließen. Der Schuss angstende Bluten die Klarnow geht in der Karte und die Karte.